Wie schnell können wir unsere Augenbrauen schminken? Das probieren wir heute mit zwei Maybelline-Produkten aus. Um herauszufinden, welches Produkt perfekt zu euch passt, müsst ihr wissen, ob eure Augenbrauen von Natur aus eher fein, buschig oder lückenhaft sind und welchen Look ihr kreieren wollt. Meine Augenbrauen sind etwas lichter, deswegen teste ich den Express Brow Ultraslim. Die dünne Spitze definiert die Braue natürlich und füllt die Lücken problemlos auf. Meine Augenbrauen sind eher fein, also probiere ich den Express Brow Satin Duo aus. Er sorgt mit seinen beiden Seiten für natürliche Fülle. Bist du bereit? Let's go! Jetzt starte ich mit dem Ultraslim. Zuerst bürste ich die Braue in Form, dann fülle ich kleine Lücken auf. Malt einfach einzelne Brauenhärchen ganz präzise nach. Das ist wirklich total einfach. Doreen, wie ist es bei dir? Ich ziehe zuerst die Kontur der Brauen mit der Wachsstiftseite nach. Dann verblende ich die Textur mit dem Farbpuder-Applikator, um die Brauen natürlich aufzufüllen. Lässt sich wirklich super schnell und einfach auftragen. Wir wollen das Ergebnis noch fixieren, damit es länger hält und es geht easy mit dem Express Brow Drama Gel. Das gibt es sogar in verschiedenen Farbnuancen und kann auch alleine verwendet werden. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es so natürlich aussieht, denn Augenbrauen sind so perfekt definiert. Echt cool, wie schnell das geht. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich meine Augenbrauen so schnell schminken kann. Falls ihr euch mit der Wahl des richtigen Produkts noch unsicher seid, probiert doch gerne mal den Browfinder auf Maybelline.de aus. Wie schnell kannst du deine Augenbrauen schminken? Wie schnell kannst du deine Augenbrauen schminken? Untertitelung des ZDF, 2020